und ein herzliches willkommen zurück zu meinen kampf am 18 juni 22 mit mir von der youtube platz place als hobby gegen wen auch immer wir sehen es gleich oder nicht aber gleich jemals und haben einen gefunden wer ist es denn ist der maß aus dänemark wieder mit seinem gewalt roh er ist nicht abgestiegen ist sehr schön für ihn vielleicht für uns ein gut mal gucken vielleicht es ist eine art revanche mal gucken vielleicht kann man es ja diesmal ein bisschen besser behaupten dass man noch mal ein bisschen zappeln weil ich macht ihn unruhig und er macht einen fehler wer weiß er macht mich unruhig ja doch 10 wo seine so nicht gegangen ist wie er eine abschließende war da gäste ich schon mal daumen nach oben zu geben und abo da lassen warum ach man kennt von die reaktion von 1 also kann man also ich meine schon mal gut wenn man gegen gruppe b ich als gruppe c wenn man gegen gruppe b wenigstens eine runde schon mal gewinnt oder wenn man so eine ausgleichung hinkriegt gewinnen natürlich das werden natürlich noch viel schöner dazu aber man ja 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 immerhin, eine Runde haben wir gewonnen dafür habe ich doch hoffentlich einen Daumen nach oben verdient und ein Abo da sehen wir uns heute beim nächsten Kapitel oje, wir sind schon wieder ganz weit links bei den Punkten bei den Punkten nur so schön danke auf jeden Fall fürs Einschreiben wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Kampf wieder und ja, viel Spaß auf meinem Kanal bis dann, tschüss